Ja was geht ab meine lieben Freunde, damit willkommen zu einem neuen Video und zu einer richtig geilen Ankündigung Freunde. Und zwar merkt euch das Datum und zwar morgen am 22. Mai schaltet unbedingt um 19 Uhr ein. Und zwar findet ihr das Event von GameStar statt und zwar das große Rennen nennt sich das, auch unterstützt durch Sky. Und zwar bei diesem Event, ist eben ein Racing Event, werden eben zwei Spiele gezockt, Rackfest und Formel 1 2020 und zwar um 19 Uhr geht das Ganze los. Und wir haben tatsächlich das Glück gehabt, dass ich eben ausgelost wurde als Teamkollege von RNE, von FeelFIFA bzw. auch von FeelGaming, er hat ja zwei Kanäle. Und wir sind einfach sein Teamkollege, das ist sowas von heftig Freunde. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich die E-Mail vor drei Tagen glaube ich gelesen hatte. Es ist so geil Freunde und wir können eben zusammen mit ihm im Team zocken, mit RNE. Ich habe richtig Bock Freunde, also 19 Uhr geht das Ganze eben los. Das Ganze wird eben gestreamt unter anderem auch auf meinem YouTube Kanal. Und wie gesagt ab 19 Uhr morgen, also am Samstag könnt ihr da eben einschalten. Und RNE streamt das Ganze glaube ich auch auf Twitch und wahrscheinlich auch GameStar, die streamen das glaube ich auf YouTube. Habe ich schon gesehen, deren Stream Ankündigung. Und ja das Ganze eben wie gesagt von Sky unterstützt wird das Ganze. Das große Rennen, wir fahren eben zuerst Rackfest, glaube ich ab 19.15 Uhr ist so der Plan. Da machen wir dann eben ein paar Runden Last Man Standing. Es gibt auch Preise zu gewinnen. Also in zweier Teams, ich bin eben im Team zusammen mit RNE. Richtig geil, ist so heftig. Man konnte damals bei der Bewerbung, das war vor circa einer Woche, hatte RNE eben eine Insta-Story. Man konnte sich da eben bewerben, seinen Teamkollegen quasi aussuchen, wen man eben gerne hätte. Und ja, es ist einfach so geil. Genau RNE ist da eben auch mit dabei und ich habe natürlich ihn als Teamkollegen präferiert. So heftig, Freunde. Einfach mal das Glück zu haben, überhaupt, dass ich da mal irgendwie was gewinne bzw. da teilnehmen darf. Sonst bei irgendwelchen Gewinnspielen immer mega Pech. Und jetzt ausgerechnet bei sowas, sowas von heftig. Einfach mit RNE, meinem absoluten Lieblings-Youtuber, zusammen zocken zu können. Das ist so geil. Wir werden eben auch zusammen im Discord am Start sein. Wird so heftig, also ich bin wahrscheinlich dann auch bei seinem Stream mit dabei quasi zu hören im Discord. Und ich werde ja wie gesagt auch streamen, das Ganze auf YouTube. Ich habe richtig Bock, Freunde. Und es gibt ja insgesamt, glaube ich, sieben Teams, sehe ich hier. Werde ich euch auch irgendwo das Ganze eingeblendet haben. Und zwar Team GamePro, Team GameStar, Team Sky, also von Sky auch jemand dabei. Und Wakes kennt ihr wahrscheinlich auch, Freunde. Also ein FIFA-Youtuber, ein sehr, sehr bekannter. Und eben der gute RNE. Und dann auch Dirty Devil, den kenne ich persönlich nicht. Und Die Han, oder wie der heißt, kenne ich leider auch nicht wirklich. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock, mit RNE zusammen das Ganze zu bestreiten. Ich hoffe, wir können das halbwegs erfolgreich irgendwie schaffen. Wäre auf jeden Fall geil, weil es gibt, wie gesagt, auch einen Preis zu gewinnen für Formel 1. Da fahren wir dann später so ab 21 Uhr. Und zwar in Monaco 50% Rennen. Das wird auf jeden Fall auch spannend, Freunde. Ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen geübt. Und heute ist ja, wie gesagt, auch später der Formel 1 Stream. Könnt ihr auch abchecken. Ab 18 Uhr geht ja auch das Liga-Rennen da los. Also werde ich da auch ein bisschen üben können. Auf jeden Fall geil, Freunde. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Wie gesagt, morgen 22. Mai ab 19 Uhr geht eben der Stream los. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und überhaupt mit RNE zusammen zocken zu können, das ist so eine geile Chance. Einfach überhaupt mal mit ihm labern persönlich. Das ist so geil, Freunde. Ich bin echt schon mega gehypt. Könnt ihr auf jeden Fall gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Und das Ganze übrigens gerade auch mit der Facecam aufgenommen. Also die Qualität ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn eben die Belichtung richtig ist und stimmt. Weil ich habe eben auch schon eine Folge Formel 1 2010 aufgenommen. Und bei meinem üblichen Platz rechts, da ist eben die Belichtung nicht so geil. Und da sah es leider nicht so nice aus. Also muss ich mal schauen morgen, wie ich das dann mache. Weil ich zocke ja auch vor dem Fernseher. Natürlich auch mit der Facecam. Ich hoffe, das passt dann auch alles. Und ja, Freunde. Also eigentlich gibt es jetzt nicht mehr so viel weiter zu sagen. Ihr habt die ganzen Infos bekommen. Ich werde den Artikel auch irgendwie unten in die Videobeschreibung packen. Wo eben alle Informationen stehen von GameStar, Freunde. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir auf jeden Fall am Ende von diesem kleinen Infovideo. Geile Ankündigung. Wir können zusammen mit Erne zocken. Es wird so geil. Ich habe richtig Bock, Freunde. Also schaltet auf jeden Fall dann morgen ein. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Lasst den Ganzen gerne ein Like da. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.